hallo da kommt zurück zu dave da war es steht an wir brauchen vertrauen vom see volk da können wir mit dem spiegel runter das seeengel fangen und einen riesigen stachel wochen bei nacht und heute ist das qualen event und was gibt es alles zu kaufen wir haben die kiste ja ja so wir brauchen noch ein bisschen geld über dinge aus dem der ganze sachen erschienen 540 likes oder schon banjo wir bieten auch tiefseefisch sushi an bitte kommt uns besuchen dr bacon will ich wirklich so betrunken wie peinlich das joshy wie schön die leute so spät noch hart arbeiten zu sehen als dr bacon das ist der herz ja gut das haben wir den waffen laden das können wir leider nicht upgrades der dreifachachse 8 zahlen und riesen kann maß damit etwas hilft dreifach achsel oder blitz einfach achsel davon gibt es keine höchste höhere stufe interessant betäubungs achsel ja es hat so eine sache betäubung da brauche ich jetzt nicht wie drei pfeile für da gibt es noch ein vierfach achsel 2 ok scharfschützengewehr das ist natürlich geil rotes scharfschützengewehr 47 schaden das ist so doof aber auch so witzig so flosse einer dickkopf makrele opalerz und fragment netzkanone soll auch schon egal dafür brauche seile und eine kleine netzkanone davon habe ich null habe ich keine netzkanone habe ich die zerstört interessant so e-mails soll der bester tauchplatz und bei zwei jeder taucher hier ist diver city heute stellen wir euch das hammerheil paradies vor und costa ricas bio actione aber hier sind auf der issel kokos zu finden und nur mit einem live board zu erreichen allein doch live board je nach saison kann man gruppen von über 100 personen treffen ok wir haben neue sachen entdeckt und zwar hier die weiß fuß kanäle in violetten seeigel noch was ja den rundkopf ledermaus fisch das war es hier oha da haben wir jetzt immer jetzt die ganze engel see kröte oder sehengel ist nur in der tiefe ja stimmt ja da war ja was riesen wolfsal geil und die ganze seepferdchen guck mal ach sie sind alle hier in der ok die stalaktiten höhle ja da muss ich ein paar fangen du das ist es ist ja nicht verkehrt so genau die netzkanone upgrade wenn wir die größere seile noch ach ach warte mal ich habe das betäubungsgewehr muss jetzt schon ja ich muss erst noch ein einfaches herstellen ich habe jetzt echt schon zu genüge gesehen jetzt habe ich ausgerüstet egal so fragmente brauche ich dafür ich sehe halt kein sinnerin das abzugraden großartig so und hier haben wir endlich fossilen auch noch 50 fortschutzforschungspunkte wallen brauchen wir noch gestreifter wels und schafskopf sind auf 0 bis 50 ach so ihr habt mir noch ganz viele sachen geschrieben hier segras schon wieder ich weiß nicht 50 bis 130 ja ich sollte zum beispiel auch das wasabi nachfüllen während des services hätte ich auch mal früher kontrollieren können naja egal so wie gesagt werde im qualenfestival werde ich die ganze menge geld verdienen können ob da wieder babys gemacht kardinalfisch kardinalfisch gelber segel doktoren fisch und so weiter welchen platz haben wir denn was steht denn das kurze alle zutaten ach so und alle verkaufen wow das ist ja gar nichts das ist ja gar nichts guck mal 254 das ist noch gesperrt ah gut wir gehen mal tauchen würde ich sagen nein warte wir gehen erstmal die katze füttern tschuldigung ich werde nicht gleich runter zum dorf weil ich will auf jeden fall noch ein paar sachen sachen ach so ich soll ellie anrufen war ich nächstes mal ich will jetzt erstmal tauchen gehen es wird Zeit jetzt ja ich hab Futter für dich hochwertiges katzenfutter oh sie liebt mich naam 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 tschüss ach so warte mal ihr habt noch gesagt ich soll personal ich guck halt nie auf sowas äh und zwar soll ich mir mal die lebensläufe ansehen hier Experte ja genau Versandmeister beschaffen wir Objekte durch den Versand Level 20 muss für diese Werte erreicht werden alter ich glaub sie hier wird mal richtig oha guck mal Level 20 hat sie 900 Service ich glaub sie wird mal einer der besten ja auf jeden fall sie wird mal richtig krass die wird mal richtig krass die wäre das Getränk Charisma wird auch erhöht und sie kostet halt gar nichts das ist geil Alter El Nino kostet schon 2300 aber er wird mal sehr gut im Service da wird das Getränk perfekt räumt den unordentlichen Sitz schnell auf was haben wir noch 850 kochen das ist eigentlich mit meinen Leuten ja steht jetzt hat nicht so viel ne ich glaube ich werde die alle mal ersetzen mit der Zeit die Leute ach so warte mal Personal äh aber kann ich die Wartezimmer einsetzen was ach ich kann hier noch ich kann damit noch Zeug holen wow das seh ich ja jetzt erst oh guck mal sie steigt aber rasant an in der Fähigkeit so ich wechsle mal Lio aus der ist ja nicht so geil so Training ich zucki geil sie wird halt echt mal die Beste sag ich euch guck mal das geht halt wirklich schnell hoch aber es wird auch sehr teuer merke ich gerade wollte echt Geld sparen aber ich brauch nur gute Servicekraft guck mal sie ist auf Level 5 schon besser als meine Kiyoko also sie hat genau den selben Charme schon aber hallo oh sehr gut das ist wahrscheinlich so ein Geheimtipp die Frau mal sehen ja jetzt hab ich halt wieder viel Geld ausgegeben aber das macht nix ich will ja ich will ja noch ganz schnell runtertauchen so nochmal gucken jetzt wir checken nochmal ganz kurz wir brauchen Seesterne wir brauchen pinke Muscheln oder rosafarbene wir brauchen Seegräser von 50 bis 130 Metern wir brauchen Quallen die sowieso fürs Festival und die sind jetzt auch ganz oben noch Zahl ist geradezu explodiert gestreifte Wels und Schafskopf 30 gestreifte hä ich brauch 30 gestreifte Wels soll ich mal die mittlere Netzkanone ne ich lass das Betäubungsgewehr auch wenn ich dadurch nicht so hochklassige Fische kriege ist egal komm wir tauchen wir tauchen Leute ich liebe dieses Spiel ich liebe ich liebe einfach Dave the Diver es ist so schön ich könnte es es ist so wie Subnautica ich liebe generell Spiele die unter Wasser spielen und dann einfach auch noch so charmant gemacht sind ich meine letztes Mal habe ich sehr habe ich mir die Stimme ein bisschen zerrissen habe ich gemerkt alter Schwede weil ich so viel lesen musste und so viel die Stimme verändert habe ah das ist das Seekrad wow oh warte mal das muss ich dabei haben das muss ich benutzen ich verstehe ich verstehe oh der kleine Fischi hier sieht halt aus als könnte man ihn dann mit dem Netz fangen aber nö ne 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 Und Spiegeleiquallen. Auch lustig, oder? Wie die aussehen. Aber mehr hole ich jetzt aber nicht. Nur ohne dich Gewicht. Gewicht habe ich schon genug. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen Seegras finde. Was sind denn diese Fische? Gibt es die nur bei Nacht? Habe ich eben schon mal gesagt. Vielleicht. Also ich meine die für die hohen Fischbestände. Nein. Hey cool, damit habe ich jetzt schon mal das Seegras fertig gesammelt. So. Boah. Ne? Aber gut, ich kann die ganze Zeit im Scooter rumdüsen. So, jetzt gehe ich. Die sind nicht hier, die Fische, die ich brauche, merke ich. Die sind nicht hier. Also für das, äh, Arten, die Artenvielfalt da. Ah, ihr nervt. Ich lasse mal die Waffenkiste aus. Wird eh nichts gutes drin sein. So. Eigentlich müsste ich ja voll hier hängenbleiben, ne? So, perfekt. So, blaue Muscheln brauche ich jetzt auch grad nicht. Ah. Oh. Ein Haarchen. Aber auch du bist mir ein bisschen zu scherbig. Hey, sag mal. Alter, was hat die denn aus? Alter, was hat die denn aus? Oh, Pädobarsch. Hallo. Ich hab mich einfach stört die ganze Zeit. So. Ist doch was in der Höhle drin gewesen eigentlich. Oh ja. Oh ja. War da noch was, was ich brauche? Ist das die Kalksta- Ne, die Tropfsteinhöhle? Einfach nur die... Der Seevolkaufzeichnungsraum, ja. Hier war aber nichts drin, oder? Nope. Nope, nope, nope. Okay. Würde ich sagen, geht's mal weiter in die Tiefen. Bin wirklich gespannt, ob ich nachher vielleicht noch mal ne Harpune auch verbessern kann. Im Sinne von... So ein kleines Seepferdchen, halbes Kilo wiegt, ne? Also ich war jetzt, äh, von wegen, dass ich da gleich so Schlafzeug drauf machen kann, oder? Gab's da eigentlich keine Stufe mehr von? Also ich werde noch mehr, äh, Dings sammeln hier. Mehr Knochen. Hab ich da schon das Maximum? Vielleicht. Nichts. Wundert mich auch ein bisschen, ich hab noch kein, äh, besseres Schlagwerkzeug gefunden. Braue ich aber halt nicht mehr, weil ich ja dann eh das Ding wieder bekomme. Spitzhacke. So, machen wir das noch. Tiefen. Snagge. Ah, guck mal, das wird ja so ein Hängerchen. Tschüss. Wo ich hier auch so so schiefer arbeiten kann. Lalalala. Und, stirb. Alter, er stirbt nicht. Ja doch. Das hat die gekillt, den Himmelsgucker. Voll geil. Ist doof, ein Vieh. Nein. Da war da eben noch einer. Wo ist der denn hin? Da war noch so ein Seeengelchen. Komisch. Aua. Erwartet. So. Was sieht's aus? Leg dich nicht mit mir an. So, ich hab immer noch sehr viel Platz. Oh, das haben wir noch nicht. Bitte das Seepferdchen. Schläfst du? Die Gamowelle schläft wohl nicht. Dann halt so. So blöd, ich wollte eigentlich das hier. Oh, ein Seeengelchen. Ich brauch nur noch einen, ich sollte weiter suchen. Alter. Da kommt die Mother of all Seeengelchen. Hab ich denn gerade einen Riesenseeengel gesehen? Oh, alles fertig. Soll ich wieder hoch? Jetzt kommt doch nicht ernsthaft ein Boss, oder? Was zur Hölle? Nein, oder? Einfach mal einen random Boss. Was? Moment, was ist das für ein Ort? Oh! Das ist doch ein riesiger Seeengel. Da hab ich wohl keiner dran war als zu kämpfen. Also gut, erstmal sieg ich ihn. gut Was ist das für ein Sieg? Hö. Was ist das für ein Sieg? Guck dir, einfach mal Gift und Galle. Wer? Der Scheiße, ey. Oh, was für ein Monster, es tut immer noch weh. Mal sehen, ob hier was Nützliches herumliegt. Warte mal, erst schnell meine Waffe wieder. Was ist das denn? Sie, Engelkönigin, Tentakel. Alter. Da drüben ist was Glinzernes, ich sollte nachsehen. Krass. Digitales Bild. Markis Gesicht. Ein Foto von Marki? Lass du mich mal mit nach oben. Aber ich will nicht nach oben. Ich will dich ab. Da, 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 da. Na toll. Ich hab noch so viel Platz. Okay, wir gehen mal kurz. F Marki, der Sushi-Bar. Okay, interessant. Da ist er. Hier, der Seeengel, um den du mich gebeten hast. Der ist so im Stacke, Dave. Und, äh, das hier hab ich auch gefunden. Äh, ist das ein Foto von mir? Da war ein riesiger Seeengel. Das hab ich in seinem Unterschlupf gefunden. Da ist ein Knapp auf der Rückseite. Was wohl passiert, wenn ich ihn drücke? Rauschen. Okay. Ist ihr Vater? Oh, nein. Der wurde bestimmt vom Riesenseeengel gegessen. Marki, hier ist dein Vater. Ah. Wenn du das hier siehst, dann ist meine Expedition wahrscheinlich gescheitert. Es tut mir leid, dass ich mich richtig um dich gekümmert habe. Mein Arbeitseifer hat aus mir nicht gerade den besten Vater gemacht. Und viele Freundschaften konntest du auch nicht schließen, weil wir wegen meiner Arbeit so oft umgezogen sind. Ich wünschte, du könntest mir vergeben, dass ich so ein schlechter Vater war. Und ein glückliches Leben führen. Und dein Traum, Köchin zu werden. Ich hoffe sehr für dich, dass er in Erfüllung geht. Ich werde dich von Weitem aus beobachten, also verliere nie dein Lächeln. Oh, ist das traurig. Das arme Mädchen. Dieser blöde Riesenseeengel. Hm. Äh, das war wohl alles. Äh. Sei nicht so aufgewühlt. Dein Vater hat sich scheinbar sehr geliebt, Marki. Bitte lass mich hier arbeiten. Was? Einfach so? Ja. Mein Vater würde nicht wollen, dass ich so traurig bin und mich gehen lasse. Ich möchte ihm zeigen, dass es mir gut geht und ich hart arbeite. Und weil du dich um mich gekümmert und mir geholfen hast, möchte ich dir jetzt auch helfen. Äh, Banscho, was denkst du darüber? Das Mädchen hat Temperament. Ich mag sie. Du kannst doch heute hier arbeiten, aber du wirst keine bevorzugte Behandlung bekommen. Ja, verstanden. Ich werde fleißig sein und eine großartige Küchin werden. Marco ist jetzt bei Banscho Sushi. Äh, Marki ist jetzt bei Banscho Sushi angestellt. Ach, sehr schön. Was macht sie denn jetzt? Was ist sie denn? Kann ich leider nicht trainieren. Unwiderstehlicher Charme. Da brauchen wir ein bisschen Geld, ne? Rum, rum. Ah, der Kajime-Suppe mit gepunkteter Grundel. Ich will lieber das hier. Das kostet ja gar nichts. Yeah. Oha, die sind teuer wieder. Machen wir an, nochmal die Gerichte. Ja, die habe ich leider schon gefüttert, Kätzchen. Was kann ich denn damit erreichen? Liebt sie mich irgendwann so abgöttisch, die Katze, dass ich, keine Ahnung, sie mit auf die Tauchgänge nehmen kann und sie fängt Fische für mich. Das wäre geil. Das wäre so mein Traum, dass die Katze mitkommt. Äh, warte mal, wo ist denn das andere Amulett jetzt? Was ist das hier nochmal? Ich habe doch noch eins gefunden, oder nicht? Klar, das Riesenkalmar. Gift sagt einer See-Engelkönigin. Diesen Organ kann sie eine mächtige Giftwolke erzeugen. Die findest du morgen nicht mehr hier. Ja, ja. Ich verkauf jetzt gar nichts mehr, wisst ihr? Ganz ehrlich, das ist keine gute Idee. Ja, Forschungspunkte. Oha. Seegräser. So, Lungenquallen brauche ich noch. Die Sterne, Muscheln und die Fischbestände. Die müssten halt nachts da sein, weil tagsüber sind die nicht da, auf keinen Fall. So. Dann gehe ich immer tauchen, Leute. Dann gehe ich immer tauchen. Ach, scheiße, ich habe Dings nicht angerufen. Ah, ist egal. Die hat Zeit. Ich mache eh so viel die ganze Zeit auf einmal. Aber die kleinen Fischchen hier angeln. Also. Seegebarsch. Warte mal, ist das Seegras? Nee. Doch. Ist doch Seegras. Perfekt. Oh, schon wieder. Alter, Graubal. Oder Blaubal, was weiß ich. Fiss mich nicht, ich bin keine Grille. Fressen doch nur Grillen, oder? Die kleinen. Ich glaube, er wird mir was mitteilen. Ich sollte so eine Schreie aufzeichnen und Ellie dazu befragen. Ja, ich muss erst mal Ellie anrufen, würde ich sagen, oder? Geht auf Schwert. Okay. Aber wir tauchen erst noch mal ganz runter, wie gesagt. Ich glaube wirklich, ich brauche erst von Ellie irgendwas dafür, dass das funktioniert. Sehr gut. Wir sind Turbo hier. Ruhig am Sack. Habt ihr davon. Ihr wolltet so. Warte mal, ich bin so doof. Wie geht es die ganze Zeit, dass ich die Dinger auch zerlegen kann. Mann. Ach. So, ab in die Tiefen weiter. Bumsau, ey. Da komme ich im Star-Moment das Glas. Ich weiß doch nicht. Noch habe ich nichts dafür gebraucht, zu craften, glaube ich. Oh, da geht es ja dann in die Tiefen. Ich finde die Tiefen irgendwie mittlerweile so ein bisschen am langweiligsten, muss ich ehrlich sagen. Passiert da halt auch nicht so viel, ne? Warte, ich brauche noch das Licht. Liegt ja zufälligerweise immer so rum, das Licht. Keine Muscheln hier. Ähm, ne. Gerade. Ah, Mist. Oh. Macht das eigentlich überhaupt keinen Schaden? Also eben, als ich in die Wand geklatscht habe, hat das keinen Schaden gemacht. Oh nein. Ist die Mause Bild? Da nimmt er auf mit der Mause Bild. So, warum kann ich dich eigentlich nicht anders fangen, die Fische, frage ich mich. Das wäre voll gut. Hoffentlich kommt er nicht nochmal, der doofen Seeengel. Aber ganz schön hartnäckig. Aber ist immer schon wieder die Maus im Bild. Warum stellt sich das immer wieder um? Ein whites Seepferdchen. Das hört sich so doof an. Das Anglizismus-Seepferdchen. Wollt ich noch mehr Schnecken? Ne, lass mal. Oh. Oh. Sorry. Ich brauche das Fleisch. Ich brauche ganz viel Fleisch, mein Freund. Das liegt eigentlich für ein Skelett rum. Macht mir so ein bisschen Angst. Oh ja, danke schön. Dankeschön, dankeschön. Ich brauche es mir gleich. Erstmal doch die Spinne killen. Das war's wohl. Und jetzt geht's gleich wieder runter ins Dorf, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich könnte irgendwo da was rausziehen, vielleicht mit den Handschuhen. Warum die Maus da ist, ich verstehe es nicht. Dove Maus. Nicht die Sendung mit der Maus, die ist cool. Und wenn ich mich nicht, wenn ich mich nichtけ. Ich habe ein Heuch. Ich bin jetzt gleich. Ganz schön. Und wenn ich mich nicht liegere. Ich kann Ihnen die Handeln-Presel-Swap-Acom-Akneus-A-Akneus-Akneus-Akneus-Akneus-Akneus-Akneus-Akneus. Aua! Ich schmeiß mal was raus, glaube ich. Was schmeißen wir denn raus? Irgendwas, was ich getötet habe und was nicht so viel... Ja, Feuerfisch, komm. Komm, weg damit. Feuerfische, äh, die anderen sind halt ganz gut, die Buddelfische da, ne? Ja, die können weg, die sind einfach nur schwer. Ja. Die muss man ja so aufsammeln. Die hat echt 7 Kilo, die Viecher. So. Muss ich da doch noch was wegwerfen. Komm. Erz ist auch ein bisschen schwer. Aber nicht das Bleiarz, das ist ein bisschen mehr wert. Ein Kilogramm. Ne, dafür sind die Himmelsgucker auch nicht so viel wert. Na gut. Aber wie gesagt, Qualmfestival heute nehmen wir mit, weil... Da will ich jetzt nicht die Zeit skippen. Durchtauchen nochmal. Na, einfach nein. Auch wenn es total witzig ist, aber ne. Bye-bye. Bye-bye. Komm. ja da geht es zum dorf ja wie gesagt irgendwie geht es doch nicht weiter von hier aus so wirklich runter diese kröne jetzt bin ich mal gespannt der maus alter die maus da dauert im bild mensch sei dankbar dass du überhaupt hier bleiben darfst mensch tu dich so als wärst du freundlich nicht so tun als wäre ich unfreundlich schau mal dieses schild an heißt das dass ich auf beluga reiten kann ne kann ich nicht ich hab doch sogar noch eine mini map ich brauch 100 vertrauen bei denen und es gibt seemünsen offensichtlich und wo ist so überhaupt diesen mund mit dem kannst du dich mal unter wasser atmen wow ich hab doch nie einen menschen gesehen du siehst komisch aus danke gleichfalls wow wie geil jetzt kann ich auch noch die häuser als alter samen laden bist du dieser mensch mensch nicht mensch haha das siehst interessant aus du hast dich mal flossen erinnert mich an jemanden was ist das für ein laden den du führst ich verkaufe verschiedene samen und auch blumen die man könig long anbieten kann wenn ich long eine güte sag mir nicht dass du nicht weißt wer könig long ist er ist der große könig der dieses dorf vor der katastrophe bewahrt hat es ist ganz schön schwierig sich mit dir zu unterhalten ist dir das eigentlich klar geh und biete könig long erstmal die eine blume an im blumenladen draußen steht draußen auf der plattform nimm dir also die blumengaben steht draußen auf der plattform nimm dir eine okay ich soll die blumen opfern warum haben die eigentlich türen wenn sie diese löcher doch haben im haus aber ich schmeiß mal was weg ich bin ist jetzt zu schwer beladen leider das ist dann shitty und schwer und schwer ne jetzt bin ich schneller passt schon ok warte mal da ist der spiegel da gibt es essen wie es aussieht die ganze zeit den kopf alles klar ich kann ja nichts machen die leute sind im hintergrund und wie kann ich ihm das bitte anbieten egal ich geh erstmal hier rein guck ich mal um mimas restaurant sieh an sieh an bist du der mensch über den wir hier die ganzen gerüchte gehört haben hohohoho sieht gar nicht so gruselig aus wie ich erwartet hatte ich bin mima ich betreibe ein restaurant im dorf aussie mag ich direkt ich heiße dave ich werde meine weile im dorf aushelfen hohohohoho hilfe von einem menschen zu erhalten das habe ich dir noch nie für möglich gehalten mal sehen ist ja nicht so als könnte ich dich zum kochen einspannen meine güte ich vergaß awang und nawang haben lunchboxen bestellt oh die torwächter die ich vorhin flüstern hörte ja würdest du vielleicht die lunchboxen mitnehmen die ich vor die tür gestellt habe sie sollten doch immer am tor dienst schieben bitte hilf mir mensch ok ja das essen bei mimame ist so gut es ist ganz anders als das essen daheim hast du deine zutaten her ok dann gebe ich erstmal die lunchboxen alles was vertraut schafft ach guck mal daneben geht es ja auch noch weiter äh ich würde gern beluga hier ja bitte gerne reiten äh was äh mensch was gibt's ich würde gebeten dir diese lunchboxen zu bringen die sind von mina äh mima du hast doch nicht etwa unterwegs Gift reingepackt oder nur ein bisschen und ein Schluck Pisse was wieso sollte ich gut in Ordnung dann gib sie her gute Arbeit nehme ich an bitte gerne geschehen ich hoffe die mögen mich jetzt mehr die Dorfbewohner ok das hat noch nicht mehr Vertrauen geschaffen super aber ich denke mal das wird jetzt noch was abgeben oh du hast es dir abgeliefert nicht wahr haha die Menschen sind gar nicht so übel ich sage dir bescheid wenn ich wieder etwas brauche oh das ist ja nett ich hab 10 beigehalten und vertrauen das ist ja mit dieser kleine Gefälligkeit find ich das schon sehr nett ok wir mal weiter hier oh das sind die gefüllten Teigtaschen ok mit dem Spielen kann ich jetzt einfach wieder hoch komm mal die haben halt unter Wasser Wasserfälle und unter Wasser Flüsse und noch ein Portal woher oh oh diese Statue ist also von König Long es ist dieselbe Person wie auf den Gemälden im Aufzeichnungsraum er sieht halt nicht im geringsten so aus ich denke ich kann die Blume auf die Plattform vor der Statue stellen ich habe getan was er von mir verlangt hat ich sollte zurück mit ihm reden also noch kann ich nichts machen wie das aussieht wie das aussieht wie das aussieht was ist das für ein Wasser extra schweres verdichtetes Wasser ich weiß ja nicht ganz ganz komisch ja guck mal der König guckt nicht mehr so doch er schüttelt immer noch den Kopf ich habe ein bisschen gelinst und es scheint als hättest du es ganz ordentlich gemacht trotzdem kann ich nicht so einfach einem Menschen trauen wenn ich ja mal weiß was König Long getan hat geh und lies ein bisschen was und darf oder so ok oder so na König Long anderes Gesicht schon ne der sieht immer noch sehr cremig aus so bräsig sehr grieß cremig cremig alles Wort habe ich gerade erfunden cremig so der Spiegel die kleine dicke Robbe Dave ist auch so klein im Gegensatz zu den ja gut es geht eigentlich aber ja, auftragsbe臺 es gibt keinen aktiven Aufgaben taucht doch nicht einfach so zu nichts auf meine Kieben zittert richtig Meine Güte, ich habe noch nie einen Menschen gesehen. Du hast ja Beine wie eine Krabbe. Naja, ich habe Flossen. Aucher Flossen. Denzin meinte, du könntest hierbleiben, richtig? Okay, aber spaziere nicht zu viel da rum. Ich bin schon 200 Jahre alt und das ist das erste Mal, dass ich einen Menschen sehe. Was machst du hier? Schwimmen? Oh, eine Schmiede kann ich da etwa... Oh, Mensch. Gerade. Aber wie kann er denn unter Wasser was schmieden, wenn da überhaupt kein Feuer... Ist egal, die kriegt das irgendwie hin. Ich weiß das. Okay, jetzt sind wir hier. Ich kann hier nicht schlagen, deswegen... Ich muss die Glocke leider nicht anhauen. Du stehst bei meiner Farbe aber weit im Weg. Was? Ich schwimme vielleicht im Weg, aber ich stehe noch nicht. Das ist halt nicht für ein Gerücht, dass ich hier im Weg stehe. Würde ich nie machen. Spielsalon. Sieh mal an der anderen, Mensch. Das war bestimmt an der schwerlichen Reise für dich hier runter zu uns. Ich geh noch nicht zu meinen paar Spielen, die das Adrenalin in Schwung bringen, weil man müde ist. Spiel mit mir ein Spiel. Okay, lass mal. Zieh mir das mit ein bisschen Live-Musik. Oh. Guck mal, der daneben. Der sich schon die Hände reibt und so grinst. So fies. Oh, I'm levitating. Das ist aber ein schönes Lied. Ist es aber nicht so ein bisschen schwierig mit dem Schall unter Wasser und so? Long to the design tree. Long to the design tree. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, war nett. Lisha, wie da verdammt. Warum bist du so wütend? Jumann, diese Haufen Wahlkacke muss mich ausgetrickst haben. Meine Beluga-Pfeife. Ich habe meine wertvolle Pfeife an ihn verloren. Beluga-Pfeife? Ja, die Pfeife, die den Beluga über dem Dorf vorbeiruft. Ich wusste, dass ich die Pfeife im Spiel nicht verwetten sollte. Dieser herzlose Schwindel hat mich ausgetrickst. Mensch, kannst du sie für mich zurückholen? Äh, ich? Ja, ich habe nichts mehr, was ich im Kartenspiel einsetzen kann. Ich bin pleite. Äh, ich bin nicht so richtig gut im Kartenspiel. Ich spiele ein paar Runden zum Spaß. Laffnes Pfeife. Hä, du bist der Mensch, der in unserem Dorf umhergezogen ist, richtig? Äh, was für schwäge Generationen. Äh, was ist das für ein Ort? Ha, wir vom Seevolk arbeiten jeden Tag hart. Dies ist der Ort der Freude für die hart arbeitenden Dorfbewohner. Äh, ich kann also nicht reinkommen, richtig? Schon gut, die Spezies ist kein Hindernis für den Genuss, oder? Ach ja, du hilfst im Dorf mit, stimmt's? Ja, schätze. So ist das fürs Erste. Ich bräuchte Hilfe bei etwas. Dieses Etablissement veranstaltet Seepferdchenrennen, die äußerst beliebt sind. Das jüngste Erdbeben hat die Quartiere zerstört und alle Seepferdchen sind auf und davon. Sie sollten doch im Dorf sein. Kannst du sie für mich einfangen? Okay. Äh, da fällt mir ein, dass Mark hier mir ein Insektennetz gegeben hat. Ich schätze, damit kann ich Seepferdchen fangen. Das ist alles ärgerlich. Alle Seepferdchen sind entwischt. Und jetzt können wir keine Rente abhalten. Wie sollen wir unsere Familien ernähren? Ich sehe schon, ich muss... Beluga-Pfeife? Äh, haha. Die dir mir die wissige Dame gegeben hat. Die hat fünfmal hintereinander verloren und dann alles auf einmal gesetzt. Im letzten Spiel hat sie die Pfeife gesetzt. Ähm, sie sah so aus, als ob sie sie brauchte. Kannst du sie ihr zurückgeben? Äh, nicht umsonst. Spiel Karten mit mir und gewinne, dann gebe ich sie der Frau zurück. Das war ein nerviger Typ. Okay, wenn du das sagst. Wenn ich gewinne, gibst du ihr die Pfeife zurück. Äh, sicher, sicher. Lass uns spielen. Du musst Geld setzen. Oh, ich weiß auch nicht. Geh die Karten, um Paare zu finden. Das ist ganz normales Memory. Ich werde bei zehn. Perfekt, dein Arm. Ich. Seepferdchen. Krebs. Falle. Krebs. Wie, er darf wieder? D-Stern. Warte. Seepferdchen. Du honk. Angerfischmuschel. Qualle. Äh. Bist du dumm? Der ist wirklich dumm, der Typ. Schlau ist echt nicht. Warum nickst du immer dieselben Karten auf? Wie kann man so bescheuert sein? Okay, Rochen und so ein Torpedofisch. Oder wie auch immer die heißen. Ah, ja. Weißer. Denkst du, du bist der Beste, oder was? Was für eine Pfeife? Der ist echt dumm, der Typ. Aber ich glaube auch mit Absicht, dass man gewinnt. Oh. Wo ist die Qualle? Scheiße. Jetzt weiß er es. Ah, Mann. Ja, er weiß es. Das ist ein bisschen dumm. Yay. Zehn München gewonnen. Ey, fahr doch mal eine Plauze, ey. Ja, jammert. Haha, ich glaube es nicht. Ich wurde von einem Dimension geschlagen. Mein Stolz ist verletzt. Naja, versprochen ist versprochen. Hier ist die Beluga-Pfeife. Gibt es der bissigen Dame da drüben? Heifischzähne. Ah. Das ist das Heifischspiel, das du mit Yunak spielst. Erinnere dich an die... Nicht an den Heifisch-Karies, die du manchmal zu sehen bekommst. Es werden Zeilen zwischen 1 bis 3 auserwählt und wer sie zuerst berührt, verliert. Okay. Probier's mal. Wie funktioniert das denn? Achso. Die untere Reihe, wenn die durch ist, dann hat man verloren, oder was? Ich steh nicht ganz. Die untere Reihe, wenn die durch ist, so, wenn ich jetzt 3 nehme, kann er gar nicht mehr gewinnen eigentlich. Ich denke mal, dass es so funktioniert. Man muss den letzten Zahn machen für sich. Ja, dann bleibt einer übrig. Alter! Das sah fies aus. Alter! Hey, lass mal. Ich finde die Perle. Ah ja, so ein ganz normales Schaff, wenn er dieses Spiel versuchst du, den Einsiedlerkrebs zu finden, der die Perlen versteckt hat. Rate, welcher der flotten Einsiedlerkrebs die Perle versteckt hat. Ah, du bist es, ja. Ah, okay. Jetzt können wir hingucken. Oben rechts. Hättet ihr es gewusst, hä? Schreibt es mir gerne mal in die Comments. Hättet ihr es gewusst? Ja, komm, es reicht auch mal. Ich habe keinen Bock auf Minispielen die ganze Zeit. Oh, ich bin beeindruckt, Mensch. Aha, das ist sie. Die Beluga-Pfeifen, gut gemacht. Äh, aber... Aber was? Du brauchst Bay, um den Beluga zu rufen und zu reiten. Als ich mit dem Typen gespielt habe, bin ich von Kott gegangen. Hey, du kannst die Pfeife haben. Was? Äh, ich weiß nicht, wie ich sie benutzen soll. Es ist ganz einfach. Du musst nur irgendwo im Dorf diese Pfeife glasen, um den Beluga zu rufen. Du musst allerdings etwas Bay zahlen, um den Beluga zu reiten. Nun, ich bin sicher, dass ein begeisterter Spieler wie du im Spiel so leicht Geld verdienen kann, ohne Zweifel. Äh, ich sollte den Beluga rufen, wenn ich eine große Strecke zurücklegen muss. 15 Vertrauen und die Beluga-Pfeife. Daftes Pfeife. Ruf der Beluga mit nach unten drücken. Du kannst dich schneller damit als normal fortbewegen. Ist natürlich nicht kostenlos. Okay. So, aber Leute, ich würde sagen, wir gehen nochmal an die Oberfläche zurück. Denn ich werde den Part jetzt mal beenden. Und nächstes Mal kommen wir wieder hier runter. Erstmal machen wir natürlich das Quallenfestival. Versteht sich von selbst. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber erst mal, wie gesagt, hochgehen und gucken. Miu. Ja, mit dem Beluga geht es wahrscheinlich um einiges schneller. Aber der König Long, der muss auch was kompensieren. Irgendwie mit dieser Statue, ne? Oh, da ist ein Seepferdchen. Yay. Vier Stück brauche ich nur, okay. Alles klar. Aber so kann ich halt direkt gleich in die Tiefen. Das ist auch ganz cool. So fehlt mir dann halt das Zeug von oben. Okay. Waldschreie. Okay. Ruf Ellie an, ruf Ellie an. Erstmal gucken, was haben wir hier. Seepferdchen, Seepferdchen, Seepferdchen. Die Engel. Diese Engelkönigin. Es wird immer noch ein Boss. 90% haben wir in den Tiefen schon. Sieht aus wie so ein Nasenhaie und eine Riesenschildkröte. Alter. Da muss ich hier nur fotografieren. So Leute, das war's. Danke nochmal. Wir sehen uns zu Dave the Diver. Tschüss, macht's gut. Tschüss. arcade�� 榨 �